Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. In diesem Flugzeug hatte es sehr viele Juden. Und der Film, den die Airline gezeigt hat, hatte Nacktheit. Also haben sie den Film selber zensiert. Und hier klauen Juden anderen Wasser aus dem Pool mit dem Helikopter. Bede, du bist ein Joker, mach einen großen Geruch. Playing in den street, du bist ein großer Mann. Du hast daumen auf dein Gesicht, du ist ein großer Graschen. Kiechen deinem Alkampen all over den Ort. Singin' We Will We Will Rock You. So klingt eine normale Pistole und so klingt eine Pistole mit Schalldämpfer. Und das war es wieder für diese Woche. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende gefallen, hoffentlich ein schönes Wochenende. Ciao, ciao, ciao.